Bahnverbindung heraussuchen, Konzerttickets buchen, Nachrichten schicken, Zeitung lesen, Fotografieren, Einkaufen, Sprachen lernen, mit den Verwandten per Video telefonieren. Alles Dinge des alltäglichen Lebens, die wir mit dem Smartphone erledigen können. Die digitalen Technologien verändern rasant nicht nur unseren Alltag, sondern die gesamte Gesellschaft. Aber wie gut kennen Sie Ihr Smartphone eigentlich? Smartphone Entdecken führt Sie Schritt für Schritt in die Welt Ihres Smartphones und der digitalen Kommunikation ein und gibt Ihnen das nötige Hintergrundwissen, um sich sicher in der digitalisierten Gesellschaft bewegen zu können. Ab dem 15.08.2019 lernen Sie zeitlich und örtlich unabhängig nach Ihrem eigenen Interesse über die Projektwebsite smartphone-entdecken.de. Informative Video-, Audio- und Textbeiträge bringen Ihnen die grundlegenden Themen rund um Ihr Smartphone bei und helfen Ihnen eine Grundhaltung digitaler Kommunikation gegenüber zu entwickeln, die Sie online mit anderen Personen diskutieren können. An sechs Projektstandorten haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, in Vor-Ort-Terminen Ihr Wissen zu vertiefen und das Gelernte ganz praktisch auszuprobieren. Dazu gibt es informative Webinare und Video-Talks, in denen Ihre Fragen aufgenommen werden. Die Teilnahme ist über Smartphone, Tablet, PC und sogar Telefon möglich. Alle Live-Termine werden aufgezeichnet, sodass Sie auch später hineinschauen können. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Wir sehen uns!